Ein kleines Vorwort, dies ist der Anfang des Spiels Zombie. Achtung, dieses Spiel ist natürlich FSK18, wie auch wahrscheinlich in jedem Titel stehen wird. Es tut mir leid, dass da so viele technische Probleme waren. Und jetzt auf jeden Fall los. Dies wird nicht unseren Spielstand beeinflussen, ich werde euch einfach nur den Start zeigen und los! Die Alchemie des Reichtums aus dem Nichts wird eine neuerliche Plage über das Menschengeschlecht bringen. Der Nebel des Todes verhüllt das Land. Und jene, die nicht gewachsen sind, werden seine Instinkte in Unklarung erliegen. Denn Gott kennt keine Gnade für jene, die sein Wort nicht achten. Und das Ende wird kommen. Und die Welt, unwürdig in seinen Augen, wird gereinigt werden von schwarzen Engeln. Auf dass er eine neue erschaffe. Auf dass er eine neue erschaffe. Ja. Wenn Ska ist die schwarzen Engel. Ist das vielleicht ja so. Ich denke, wir werden sie nicht mo zaggeln, da ist alles nicht moя! Wir machen das jetzt mal so. Okay, ich bin klar. Was denkt ihr so? Die schwarzen Engel, die zu einem Messen... Oder... ...Gren. Hier drüben. Komm runter in die Station. Ja, du! Ich kann dich schämen. Folge meiner Stimme. In die U-Bahn. Da keine Löcher in die Luft. Schnell! Und Papier fängt das an. Hör zu. Dein Mist wird nicht drücken. Also spiel dich mit dem Testball. Dies ist der Start von dem Spiel. Das ist nicht mehr weit. Los, es ist nicht mehr weit. Das ist nicht mehr weit. Dombie!